Töchterchen Nela braucht Opf, so besorgt ist Fiona Erdmann. Fiona Erdmann, 33, hat Angst um ihre kleine Tochter. Mitte Mai begrüßte die Influencerin ihr zweites Kind auf der Welt. Gemeinsam mit ihrem Partner MOE bekam sie die kleine Nela Mai. Doch nur zwei Monate nach der Geburt der Schock, das Baby hat einen Leistenbruch und muss operiert werden. In wenigen Tagen ist es soweit. Gegenüber Promiflash drückte Fiona nun ihre Sorge aus. Nachdem die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin noch einmal mit ihrer Tochter beim Arzt war, ist für die Op alles vorbereitet. Doch Fiona fürchtet sich schon jetzt, sie bekommt dann eine Narkose und wird wahrscheinlich von mir weggeschoben und ich muss mein Kind loslassen und in fremde Hände geben. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, wird mir schon ganz mulmig, offenbarte die Dubai-Auswanderin im Interview mit Promiflash. Zwar wird es für die Ärzte ein Routineangriff sein, mit einer Narkose sei jedoch in jedem Fall nicht zu spaßen. Das wird eine Vollnarkose sein. Wenn man so ein kleines Mädchen hat, was erst zweieinhalb Monate alt ist und nicht einmal fünf Kilo wiegt, zeigte sich Fiona voller Sorge. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank.